Ich habe das Familienpackage genommen. Schau, ein Erwachsener, drei Kinder, unlimitierte Fahrten, das ganze Jahr. Es hat jetzt den Mund. Es ist nicht meine Entscheidung. Was bedeutet das? Ich muss die Region erkunden mit meinem frischgebackenen Meisterwerk und muss mir einen Namen machen. Ich kann nicht mehr länger warten. Hör mir zu. Der Zugfahrer ist mein dritten Grades Onkelsohn. Was hat er gemacht? Der Zugfahrer ist in Ohnmacht gefallen. Der Zug ist suspendiert. Wie ist denn das passiert? Ich muss meinen dritten Onkel erzählen. Okay, der nächste Ohnmachtsanfall. Chat, habt ihr eine Vermutung, wer der Böse sein könnte? Der Zug wird gebannt. Flora, komm zurück. Ich schaffe es nicht ohne dich. Was hast du wegen dem Zugfahrer gesagt? Und wo ist Flora? Oh, ist der gemein. Also er hat gesagt, warum der Stress? Der Zugfahrer ist seit zwei Tagen in Ohnmacht und die Flora ist zu Hause und kümmert sich um ihn. Aber warum interessiert dich das, du Armer? Weil er halt so zerlumpt ist. Warum bist du so gemein zu Raggy? Hey, you two aren't the same as Raggy. You look noble and elegant, like first class passengers. Oh mein Gott, der ist voll oberflächlich. Also, ihr zwei seid nicht wie Raggy. Ihr seid nobel und elegant. Ihr schaut aus wie erste Klasse Passagiere. Das ist nicht nett. Raggy ist unser Freund. Oh mein Gott. Er sagt, äh, du hast viel zu viel Zeit mit Raggy verbracht und er hat dich runtergezogen. Sogar noble Damen können sich armselig verhalten. Ah, was heißt Pili? Wartet mal. Das Wort kenne ich jetzt nicht. Äh, hä? Nein, das kann nicht stimmen. Okay. Keine Ahnung, Google besetzt mir der Pili als Pille. Aber er sagt, ähm, mein, mein, mein weicher Samt kann, kann sich nur mit noblen ersten Klassenpassagieren, äh, auseinandersetzen. Ansonsten wird er Pili. Whatever that is. Warum beschäftige ich mich damit überhaupt? Äh, warte mal. Oh, look, have I seen the Wish Collector? Hast du den, äh, äh, hast du den, den Wunschsammler gesehen, ähm, hatte er ein, 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 ein Gliding Outfit? I know the floral Gliding Outfit is the symbol of the Wish Collector. Why should I tell you though, poor little Raggy? Oh, er ist so böse. Er sagt, äh, er weiß, dass das das Symbol von Wunschsammler ist, aber warum sollte er es ihm sagen? Sei nett, sonst fühlst du meine Krallen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass der, der Zugfahrer oder Flora den Namen erwähnt hat. Wir müssen, wir müssen die beiden schnell finden. Oh, Gott, des Willen. Er sagt, er warnt Raggy, er braucht gar nicht mal über Flora nachdenken, weil sie ist so hübsch, sie muss mit jemandem zusammen sein wie ihm. Oh, Gott, des Willen. Das ist für Flora zu entscheiden. Lass ihn nicht gewinnen, Raggy. Okay, wir müssen jetzt, äh, Flora suchen. Was haben wir da? Oh, nein, das wollte ich nicht, ich wollte das lesen. Oh. Du kannst es nicht lesen, da stand doch F. Okay. Geht gerade nicht. Uuuuuh. Also, nochmal für, für alle hier auch im Stream. Äh, wir haben nämlich gestern spontan gestreamt. Ähm, wir haben die Steinwälder, äh, weiter erkundet und sind jetzt hier angekommen bei der, beim Bahnhof. Okay, da haben wir eh nix. Uh, ich muss noch ganz schön eine Sache abchecken. Das haben wir jetzt ganz vergessen. Ist mir jetzt hier alles zu schnell losgegangen. Äh, bop, bop. Der Typ ist was genau? Bodenlos! Arme Flora, na wirklich. Äh, chat, wir müssen noch schnell gucken, wegen, ob wir hier was haben. Nice. Sehr gut. Und, haben wir sonst noch was? nein das haben wir hier sehr gut okay 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 also sie sind echt wahnsinn wie die da jetzt schon updaten in dieser beta das ist unglaublich also der support ist ein wahnsinn das mache ich dann mit euch okay geil es gibt eine umfrage wo sie möchten dass wir dann teilnehmen wie wir das alles empfunden haben das werden wir dann natürlich auch noch machen so wartet mal ich wollte noch schnell hier gut hier haben wir nämlich zwei stück die würde ich gerne einlösen vielleicht haben wir ein glück wir kriegen noch ein schönes outfit zum slain so das stream ist gefährlich chat hast du die story gesehen winky hast du die story gesehen ist schwerstens gefährlich okay wir haben nur ding jetzt bekommen schade marmelade gut wartet mal okay das nächste haben wir erst in zehn ok mit da auch schon was eingelöst nein machen wir auch noch schuhe okay gut voll süß die kürbisse herz nice oh wartet mal wir sollten uns aber noch umziehen oder ein anderes outfit of the day chat oh die ist ja schön die frisur die will ich ich glaube ich gestern noch freigeschalten die ist cutesy anna ja die waren nämlich beim musik outfit dabei so war das oder ja die gehört nämlich zu diesem outfit das haben wir gestern noch freigeschalten aber das kleid gefällt mir nicht so gut am besten hat mir immer noch das gefallen was wenn wir das nehmen mit der frisur passt nicht wirklich das passt nicht wirklich das passt nicht wirklich chat was meint ihr lederjacken sind in hat gehört habe ich leider keine sorry tut mir leid lisi aber wir könnten ja machen wir so wir nehmen den standard look aber geben mir die haare oder wollt ihr lieber was anderes wollt ihr lieber das oder so da passen halt die weißen haare echt das ist immer alles so stimmig ich weiß nicht ich finde die rosa haare passen da nicht ganz dazu oh wobei es geht es geht das mascherl müsste man weg machen so süß kann man da auch boy spielen nein nein das ist girl only weil es geht ja um sie sie ist der main character ja finde ich cutesy aber es gibt einen hotten boy den wir schon kennengelernt haben und ich hoffe dass wir ihn daten können es gibt einen ziemlich hotten boy wie hat er nochmal geheißen ich habe es vergessen so war nie genau der ist echt hübsch oh 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 Du hast du aufgerissen, wenn du aufgerissen kannst. In jeder Plattform-Games, die ich schon spiele habe. Selbst so, ich immer noch manchmal schlaue. Wow! Du hast dir zwei Verkaufungen gleichzeitig gegeben. Was ist das für dich? Ich verstehe. Die Vorbereitungen könnten den Wisch-Envoy sein, aber nicht den Wisch-Envoy. Der Wisch-Envoy ist kein Stylist. Er konnte nicht den Flügel-Glidungs-Floro-Glidungs-Outfit. Let alone have the ability to fly or glide In the Golden Fields and Ripple Wine Cellar There were traces of the rogues' activities But there was no sign of them deep in the clusters And without gliding they can't reach PC lands So only the Wish Collector Or an unknown super stylist With their own gliding outfit Can reach here The only one who could have done this Is the Prophet Have you ever seen or heard anything about A super stylist flying into the Stonewoods? Never before But before he fell unconscious Father had an argument with a human A human? Was it the Wish Collector? I don't know I saw them arguing from far away Then Father fell I hurried over but I didn't see the human's face clearly Luckily I found some evidence He was about to attack me Then one of Daipi's kids ran over I shielded the kid And his attack hit me in the back When I turned around He had disappeared He was about to attack me How did this happen? How did this happen? No He was so cute He was about to attack me He was about to attack me This human is unforgivable You've been seriously injured? How could they do that? Sorry Aber ich habe nicht gesehen, dass ich seinen Angriff nicht gesehen habe. Ich habe mir gedacht, dass diese Wände helfen könnten. Diese Wände? Das ist das gleiche wie der Paladin-Kaptain. Es sieht aus, dass es die gleiche Person ist. Das ist eine sehr nutzvolle Klinik. Danke, Flora. Aber jetzt, Flora, die Priorität ist, dass sie richtig behandelt werden können. Ich habe Erfahrung mit openen Wänden. Ich kann Flora helfen, aber wir haben nicht die richtige Fabrik. Für serious wounds like these. We need Flora-Gale-Cloth. Heartkeeper Miss Wrench has some, she keeps stored away. Nikki, can you go see Miss Wrench and ask for some Flora-Gale-Cloth? I need to do some preparations. Bring the Flora-Gale-Cloth and then I can patch up Flora. Okay, also, Sie glauben nicht, dass der Koma-Anfall auch von dieser Schnellwunschflasche gekommen ist. Aber Sie glauben nicht, dass das von der einen und derselben Person ist, weil man muss ja mit diesem Gleiter-Outfit hier rüberkommen. Und das haben nicht wirklich viele Leute. Deshalb glauben Sie, dass das nicht die eine und dieselbe Person ist, dass es hier vielleicht der Prophet war und drüben war es der Wish-Envoy. Das ist so besprochen worden. Und sie hat uns ihre Wunde gezeigt. Diesen Stern hier hinten. Genau. Und jetzt müssen wir etwas finden, damit die Wunde von ihr geheilt werden kann. Oh. Alrighty. Bling, bling, bling. Die Kürbisse sind so lieb. Okay, 71 Meter darauf. Nein, ich habe das Outfit nicht equippt. Doch. Okay. Hä? Ah, jetzt. Jetzt hat er aber. Oh, die Sonne geht auf. Mal alles einsammeln hier. Loot, 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 loot. Okay. Okay. Ja. Ich habe es noch nicht. Als Top-Wrench in Choo-Choo Station, meine Fähigkeiten sind so stark wie immer. Meine Freundin war richtig über die Stonedue Flora. Sie halten sie locker. Sie verhindern die Feuer, die Städte und Esslings. Die Esslings verletzten die Stonedue Flora's Stonedue Flora? Ah, shh, shh, shh! Nicht so sagen! Die Stonedue Flora's verletzten wäre ein Verzicht. Obwohl sie fast nicht zu lange verletzten. Luckily my sister, who's in the Volunteer Corps, arrived in time and drove away all the Esslings. Sounds like the Volunteer Corps does some good now and then. They may be a bit strict, but they're very responsible PCs. So schön, der Himmel. Of course! My sister may look mean, but really, she's a very reliable PC. You can always count on her. But you two. Where do you come from? Miss Wrench? We're friends of Raggy's. Oh, Raggy! I know him. That kid who loves to hang out with Flora. He's sure got a thing for her, huh? That's true. Oh, but... Flora is really hurt. Raggy sent us over here to ask for Flora Gale cloth. He needs help to patch her up. Oh? My sister in the Volunteer Corps always share some of her extra Flora Gale cloth with me. I don't have much left. But since we all work at the Choo Choo station, I'll help you out. Thank you, Miss Wrench. No sweat. But I loved the Flora Gale cloth and the Stone Dew Flora and the deserted carriage. The lock. My sister and I built it. It's complex. You have to play a certain tune on a Silver Gale whistle. It's a long, thin instrument. After that, the door opens. Okay. Silver Gale whistle. What a peculiar instrument. It's unique to the abandoned district. They say it was designed to mimic the song of the Silver Gale. It sounds beautiful. Uh, originally you just had to play one note. But my sister thought that was too simple. She changed it. She made me memorize a whole poem. It goes... Ride. Ride. Ride towards the tall Stonewood. Choo Choo. The sound of the train is advancing. Brilliant sun of the station shines on all as it should. With its yellow flowers blooming in the fields. And white sheep across the grass prancing. The carriage scenery is yours for good. On the fourth blast of the whistle's blowing. My sister said, if you play the Silver Gale whistle along with the key words, you'll open the door. Ah. Lala. Okay. Also, warte mal. Das heißt... Oh. Nein. Stonewood. Sonne. Sonnenblume. Schaf. Okay. Sie hat halt gesagt, wir müssen das in der richtigen Reihenfolge machen, damit das aufgeht, weil sie ihm die Blume eingesperrt, damit die Esslinge nicht herkommen. Das war das, was sie uns quasi erzählt hat. Danke, Frau Wrench. Ob die auch Wrench-Soße gern mag? Man weiß es nicht. Okay, gut. Okay, wir müssen das Reggae zurückgeben. Ah, dieses Spiel ist einfach so schön. Aber ich frage mich halt echt, wenn das nur 10% der Story sind, was kommt da noch alles? Was wird da noch alles auf uns zukommen? Und wie gesagt, gewisse Sachen schaue ich nicht zu detailliert an oder ich mache halt auch nicht immer alle Nebenquests, weil wir müssen ja eh nochmal von vorne anfangen. Weil es wird ja alles wieder gewiped. Oh, ist kein Voice-Acting? Ah, jetzt. Okay, er hat ihre Wunde verheilt. Es geht jetzt besser. Okay, das gibt es nicht mehr oft. Okay. Okay. Die Schmerzen waren nicht zu ernst. Wenn ich unseren Liedern sehe, dann versuche ich ihn mehr Flora-Gale-Cloth zu senden. Dann können wir sie richtig gut ausprobieren. Keine Worte über mich. Hast du noch eine große Schmerzen? Ach so, ich... Reggie, ich wollte mich fragen. Ist das nicht gefährlich? Was, wenn der Schmerzen wird? Ich versuche, um den Voluntier-Corp. Sie haben gewählte Physikalien. Für große Schmerzen, wie meine, nur mit Flora-Gale-Cloth, wird es nicht genug sein. Mein Schmerzen braucht Premium Flora-Gale-Cloth. Also bist du so? Du bist so wunderschön, Reggie. Wir sind jetzt in der gleichen Boat. Es ist ein bisschen wunderschön, nicht wahr? Also bekomme ich Premium Flora-Gale-Fabrik. Dann kann ich den Voluntier-Corp. Das wird es ich wünschen. Wie viele Jahre hat es gewesen? Das ist es. Das ist das, ich sage. Als ich den Voluntier-Corpel-Corpel, alle meine Worte, wird es schmerzen. Und dann... ... ... und ich... ... und ich... ... 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 Er hat ihr das jetzt temporär, ähm, wie sagt man, gestopft. Ähm, das muss aber noch ordentlich verarbeitet werden. Ähm, und die Wunden, die was Reggie hat, ähm, Reggie ist nämlich, glaube ich, so geboren worden, äh, aus verbrannter Kleidung. Ähm, die können so nicht, äh, repariert werden. Ähm, dafür braucht er einen ganz speziellen Stoff und deshalb wollte er eigentlich sich das quasi wünschen, weil er würde ja gerne quasi bei der, äh, militärischen Einheit arbeiten. Das wäre sein größter Wunsch. Oh, wir müssen da rüber. Genau, und wenn aber das nicht, äh, repariert wird, diese Löscher und die Stoffe weiter einreißen, dann, ähm, sterben die. Oh. Oh. Was haben wir hier? Oh. Aha. Oh. 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 We need to purify them first. Hey, Nicky. There's a notebook over there. That should be the conductor's log. 1002 AW, day 13. He returned, after not seeing him for 15 years. Wir hatten ein guter Gespräch. Er war sehr interessiert in der Train. Ich habe ihn durch meine Renovation-Planze gesehen. Er hat mir die Miraculous-Wish-Bottel gezeigt. Ist es wirklich so großartig? 1002 AW, Tag 14. Ich fühle mich heute terrible. Er war anders. Er spricht über sein, um zu präten den Zukunft zu präten. Alles für den Artifakt. Nööööö. 1002 AW, Tag 15. Mein Körper fühle mich... strange i ran into d'artagnan heading to the stone crown floral gliding outfit to wish collectors must wer ist d'artagnan